Achso, wenn ich den drin habe, kann ich fliegen. Das ist ja so ein Special-Ding. Dann scheiße ich jetzt mal auf diese Hass-Ding. Special-Level und Special-D-Selbstweg. Mit meinem Special-Trick. So. Schade aber auch. Äh, das war ein Special-Panzer. Nein, nein, wieso habe ich den wieder ausgesprungen? Fisch dich da, Hoshi. Du erstmal. So. Stimmt ja, die Stamm-Vatake kommt ja auch noch mit dazu. Ja. Tja, den ganzen. Cent-Scheiß jetzt ohne machen, wollte ich gerade sagen. Egal. Das mache ich jetzt, wenn mir Schicksal nicht hier was hingepackt hätte. Jetzt komme ich weiter. Jetzt hatte ich den später erst geschluckt und... Weiß Bescheid und perfekt und oh mein Gott und... Fick dich. Und ja... So. Ist das nicht... Oh, die fantastisch. Ja. Vergiss nicht, ab morgen gibt's Böller. Fragt eure Mamis und Pappis, ob sie euch hier kaufen. Und die könnt ihr denn in euren Nachbarn in den Briefkasten schmeißen. Ich bin... Würde ich mal denken, etwas zu alt dafür. Ich hab trotzdem welche. Aber... Ich... Wärts wahrscheinlich nicht... Silvester auslegen als Saufest. Ja, komm hier. Ja. Endlich mal wieder einen Grund zu feiern. Huhu. Was ist da oben denn? Was hängt denn da? Ey. Was ist das denn? Nochmal. Wieso war denn da was Specialiges? Na komm her, Dicke. Guck mal her und jetzt... Fress den Panzer jetzt, hab ich gesagt. So und jetzt zieh durch. Du Mutti. Ja. 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 Schade, warum? Du bist auch so ein hässliches Hoshi-Vieh. Ach ne. Yoshi heißt das ja nicht. Nicht Hoshi. Yoshi. Ah. Fick dich doch. Äh. So. Äh. 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 Das soll ja gehen, ne? Äh. Äh. Komm ich hier wenigstens rüber? Ja. Da komm ich doch rüber. Was fühl ich denn? Nein. Nein. Er hat's runtergeschluckt. So. Juuuuhu. Das war alles so geplant. Kragen so ein bisschen rumzuppeln, so für die Atmosphäre, weiß Bescheid. Und weiter. Und weiter. Ich brauche Doc Mondo, das war eben, wie jetzt Mondo. Ich brauche Doc nicht so lange, wie ich gedacht hätte mit meinen Schummeleinen. »Du tonig!« «Crashare shocks!» kann er da man nicht nur aufspringen oder was? Er kann sogar die unterschiedlichen Blumen hochspringen. Nein 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 neun Neun Bomms! Alter du östliche Frau! dein Bart wächst auch schon wieder wie Sau! ich versuch's doch jetzt einfach mal... Nein! Und es hat nicht funktioniert! nein! uuuhh... uuuhhhh... Ich will hier weiterkommen mit Yoshi und zwei Fädern. Und ich will dich tot sehen. Ach, oder du bleibst lebendig. Kompromiss. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, nein. Was macht der eigentlich für Geräusche? Der ist doch... Nervig, nervig. Hui! Hui! Oh, Yoshi, Alter. Weil bei dich rum. Nur mal einen Hammer am Kopf kriegst. Passiere doch jeden Mal. fische 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 frisch frische fische erfasst fritz frische fische ich Ich hab's drauf. Ja, wo bin ich? Da bin ich. Okay, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ich hab so lange nicht mehr gezockt. Ich hab jetzt gute Laune. Also nebenbei, könnt ihr mir ein gutes PC-Spiel empfehlen, so ein neues, was jetzt gerade so irgendwie rauskam oder herauskommen wird oder so. Aber ich hab da irgendwie den Überblick verloren. Wie ihr hier gerade seht, was ich für Spiele spiele. Ich bin ein bisschen stecken geblieben. So. Mein neuestes Spiel von Erscheinungsdatum ist Far Cry 2. Ja, und das hab ich geschafft, in zweieinhalb Tagen durchzuspielen. Ich hab fast ununterbrochen gezockt. Outrageous. Ja, das ist schriekig. Ich weiß. Aber lasst mich doch auch mal. Mein Gott, vorher, vor was hat er denn noch alles Angst? Äh, Yoshi, komm mal klar an dein Leben. Mensch, 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 Mensch. Boah, ich werd nachher erstmal ein schönes, dickes Stück, sch, rotkäppchen. Ne. Irgend so eine Märchenfigur. Kuchen essen. So ähnlich wie schwarz meine Kirche. Äh, Kuchen, Pudding, ähm, 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 Kirchen und Schokolade. Irgendwas drauf. Ich mach mal hin, ey, ich will hier rüber. Hoshis. Ey, Yoshi, Alter, also gar nichts drauf, oder was? Ey, mach dir mal hin, oder was? Boah. Zieh ich eben noch so wieder zurück. Oder auch? ah, ah. Ey, ne, Yoshi, Johoshi, Alter. Häng ich hier jetzt irgendwie fest, oder? Ne. Eigentlich nicht, Wisst ihr was? Da hat mir nicht auch noch nicht reingefallen. jetzt aber. Äh, ja. Nein, ich will Yoshi nicht stehen lassen. Das kann ich mir nicht, das kann nicht angehen. Ha, toll. Ha, super toll. Nein, was drück ich denn hier? Eine. Guck dir jetzt mal her, hier schnell. Boah, ihr seid doch, dicke Kinder seid ihr doch alle. Höh. Ey, jetzt auch mein klein Yoshi, nicht so. Nein. Habe ich eigentlich gerade eine Taktik, oder tue ich nur so? Mal gucken. So, ja doch, jetzt habe ich eine Taktik. Ich warte bis hier der Ecke.